heute ist wieder american day und heute geht es um den nicht gerade unbekannten grizzly wintergreen und wie ihr sehen könnt ist diese dose noch nicht mal auf und ich freue mich riesig den jetzt testen zu können und ich bin mal gespannt ob er besser ist als der copenhagen wintergreen das sehen wir dann jetzt wenn ihr dran bleibt also es geht heute um den grizzly premium wintergreen bis gleich hallo youtube herzlich willkommen zurück der diverse kanal meldet sich wieder heute am american montag jawohl und es gibt wieder so wie das sicherlich am samt mir auch gesehen habt ja und heute kümmern wir uns um den grizzly premium wintergreen ja wintergreen bin ich ein großer fan wie ein der ein oder andere zuschauer eventuell ja doch schon weiß und deswegen bin ich immer ganz besonders aufgeregt ich hatte jetzt einmal den wintergreen habe ich mir geholt den copenhagen wintergreen ich muss einmal das hier richtig machen den copenhagen wintergreen hatten wir ja schon und ich habe natürlich auch noch den grizzly dark wintergreen mir bestellt und ich bin mal höllisch gespannt drauf wie das was es da noch gibt also den grizzly dark wintergreen gibt es dann nächsten montag aber heute kümmern wir uns erstmal um den ganz normalen grizzly wintergreen um zu gucken ob das schon wirklich ausreicht und ich würde sagen wir schauen uns jetzt erst mal die verpackung an und dann cracken wir den shit auf und dann geht das hier richtig los gut dann würde ich sagen gucken wir uns erst mal die verpackung an ja auch hier wir kennen das schon wer die grizzly natural serie sag ich mal weil die grizzly links gesehen hat der weiß ungefähr wie die dosen aussehen wir haben hier halt diesen grizzly drauf premium wintergreen grizzly long cut warenhinweis und das ganze kommt aus der american snuff company aus memphis tennessee und hier sind 70 prozent us-tabako drin und 30 prozent importierter tabak das ist aber bei anderen sorten auch mal unterschiedlich zum beispiel ich habe hier noch eine andere dose grizzly long cut natural der hat zum beispiel dann 90 prozent us-tabako und nur zehn prozent importiert was das jetzt genau zu sagen hat weiß ich nicht ja dann kann man hier noch so ein bisschen gucken der grizzly long cut wintergreen premium wintergreen moist snuff long cut wintergreen und hinten gibt es ja noch diese coupon-aktion die ihr nun leider für uns jetzt nicht unbedingt Hinhaut und ja wie gesagt interessant ist aber die dosen hier steht immer moist snuff drauf das heißt wenn ihr sowas mal bestellen der zoll rummerkern sagt ja wieso ist doch schnupftabak steht doch snuff drauf Also vielleicht funktioniert das ja gut okay drehen wir mal die kamera um und ich bin schon wie ihr vielleicht merkt schon höllisch aufgeregt denn auch dies ist heute mein erstes mal deswegen seid mir nicht böse wenn ich den geschmack vielleicht nicht muss erstmal mein einmal hier holen wenn ich vielleicht nicht gleich beim ersten mal das den geschmack richtig hinbekomme aber wir wollen mal gucken und jetzt kommt das was alle lieben diese dose aufzukracken cracken na also das macht man richtig so hat man Ist das nicht ein herrliches geräusch ist das nicht ein wirklich ich hoffe ich hätte saubere finger nirgendwo Ist das nicht ein herrliches geräusch und jetzt kloppen wir das ding mal auf das mache ich auch noch mal So und jetzt bin ich wirklich habe ich ein bisschen angst und es ist wieder ein one dollar off weekly coupon Bringt uns aber leid nicht Winter green wie in seiner besten form Oh ist der stark Also das füllt hier gefühlt den ganzen raum aus nach winter green also man muss winter green natürlich mögen ja das kommt jetzt mit dazu Gottes willen meine güte gut würde ich sagen packen brauchen wir nicht ist ja eigentlich ganz gut gepackt hier schon Ich finde auch hier sind die dosen immer sehr voll also bei kopenhagen zum beispiel da finde ich fehlt immer so ein ganz kleines stück Hierbei grisly nicht schon mal ein pluspunkt für grisly so der war mal gucken nehmen uns hier mal eine schöne ladung raus Herr gott lässt sich auch sehr gut Und ich habe ja schon gehört dass das wie hölle brennen soll mal gucken ob mir gleich das zahnfleisch weg fliegt mal sehen so Prost Es geht es geht es geht Entweder bin ich schon abgehärtet Es geht Es geht das brennt nicht Ich hätte jetzt also vom brennen her schlimmer erwartet Entweder bin ich schon tot oder es funktioniert also gut es brennt gar nicht so doll ich hätte das jetzt wirklich schlimmer war also Das ist angenehm Es schmeckt richtig geil nach wintergreen Wir haben es hier nicht so wie beim kopenhagen Der ja Ja wie soll ich sagen der war ein bisschen süßlicher der grisly ist tatsächlich Ein bisschen herber allerdings merkt man hier auch eine süße raus aber er ist nicht so doll süß wie der kopenhagen Das heißt hier eigentlich schon Ja wie soll ich sagen der favorit eigentlich schon gefunden weil grisly wintergreen es schmeckt wirklich schön nach wintergreen schönes wintergreen aroma Kommt angenehm zum laufen jetzt brennt er doch ein bisschen Und Ja wie soll ich sagen also Es ist leicht Es ist sehr doll wintergreen Das ist ja klar Und wir haben hier eine sehr sehr leichte süße haben aber tatsächlich auch ein bisschen Was herbes mit drin aber die süße übertüncht das hier ganze hier irgendwie nicht unbedingt und das finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht Wie gesagt wir haben hier eine wunderbare komposition das heißt wir haben hier einen schönen wintergreen der nicht zu süß ist Ähm also ideal für mich für zwischendurch Total genial und Ähm mehr brauche ich eigentlich gar nicht sagen ich lasse ihn jetzt noch mal Ähm 15 minuten wirken und dann sage ich euch noch mal genau wie das was dabei rausgekommen ist und währenddessen gucke ich mal wie teuer der ist und dann sehen wir uns gleich wieder Und dann sehen wir uns wieder zurück hier beim diverses kanal jawoll und ich habe ihn jetzt mal 15 minuten wirken lassen hab derweil geguckt Äh geguckt wie viel er kostet kommen wir jetzt aber erstmal zum geschmack also Wir haben es hier nicht ganz so penetrant süß das finde ich gut das ist aber wiederum geschmackssache wer es etwas süßer mag Entschuldigung Das hat es hier aber beim dippen leider an sich dass man hier ab und zu Mal ein bisschen ausspucken muss Ähm So was wo war ich jetzt stehen geblieben so Ähm Also er ist nicht er ist nicht ganz so süß wie der kopenhagen Es kommt zwar ab und zu mal so ein süßer intervall raus aber das hält sich echt in grenzen der kopenhagen den finde ich süßer Ähm und deswegen Ähm ich bin ja nun nicht so ganz der süße fan das ist ja allgemein auch schon bekannt ich habe ja lieber die herberen sachen und deswegen gefällt mir der Einfach auch besser Einfach weil der ähm Richtig schön abgestimmt ist aufeinander also wir haben hier ein tolles wintergreen aroma das macht richtig spaß ähm es ist schön ähm süßlich ein bisschen aber auch herb und das macht das ding wirklich total aus Ja kostet 3,25 Euro pro dose ähm ungefähr ist ein bisschen günstiger sogar als kopenhagen kopenhagen kostet 3,40 Euro die dose Und ich kann euch auf jeden fall raten den auf jeden fall mal zu probieren weil ich denke mal er ist es auf jeden fall wert gerade für die wintergreen fans sollten den grisly wintergreen Auf jeden fall ähm auch mal probieren ich muss noch mal Also man merkt auch er läuft richtig gut und äh so soll es sein also der ist richtig schön fancy sag ich mal Hat den test auf jeden fall bestanden ja kommen zum fahrzeug grisly macht allgemein den bekannt gute sache grisly wir hatten ja schon den premium natural hier Und jetzt haben wir mal den wintergreen genommen beide hervorragende qualität auch wenn es nicht immer ganz hundertprozentig amerikanischer tabak ist Herrgott es gibt schlimmeres ähm Der geschmack ist auf jeden fall sehr sehr gut und kann ich auf jeden fall jedem empfehlen ja ähm Ähm was gebe ich dem grisly long cut wintergreen ich gebe ihm eine 8,5 von 10 punkten weil ich ein großer wintergreen fan bin Ein punkt mehr als den kopenhagen kopenhagen kriegt aber nur den punktabzug weil er mir zu süß ist Wie gesagt nicht so ernst nehmen immer die bewertungen es ist nur eine empfehlung und äh ich persönlich und meine eigene meinung Und ich persönlich würde den grisly vor den copenhagen wintergreen ähm äh vorsetzen Aber die sind beide von der qualität her enorm gut und äh deswegen könnt ihr eigentlich mit beiden auch keinen fehler machen Das soll jetzt auch keine abwertung sein für copenhagen die sind ja sonst auch richtig gut äh wie gesagt gegen den long cut kommt auch der grisly natural nicht an das sei auch mal gesagt und ähm Entschuldigung Und wie gesagt ähm ja äh deswegen ist er für mich eigentlich auch einer der äh absoluten top favoriten der dips Also grisly wintergreen 8,5 Ja wir sehen uns an äh äh Jetzt hör mich schon jetzt ist heute erst dienstag wo ich das aufnehmen weil die heute gerade hier angekommen sind und ähm Deswegen habe ich es jetzt schon gedreht weil ich ihn unbedingt probieren wollte und wir sehen uns nächsten montag dann äh mit dip wieder mit dem grisly dark wintergreen und Äh jetzt sehen wir uns dann mittwoch mit schnupftabak wieder aber welcher das ist das weiß ich nicht weil ich noch nicht mal vom letzten mittwoch das video erst gedreht habe also Seid mir nicht ganz so böse gut das war's bedanke ich mich fürs zuschauen und Ja wir sehen uns bis dahin tschüss macht's gut alles liebe Egal